das hängt da stark von ab was man wählt so das war 32 war das dann geht es jetzt ab schwierigkeit stufe 1 ebene 3 da 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 oh shit warum sind alle plötzlich so wie ist denn das passiert Das ist ein Double Speed. Was ist in deinem Prescription? Disappear among the Sea of Butterflies. Illusions of the past. Stand still. Die Sache ist, die nehmen wir gleich Gepard mit. Na Zupa. Ah, ne, aber wir können auch die Segen stoppen. Nein. Ich kann nicht noch mal zurück. Das war jetzt dämlich. Das war jetzt dämlich. Leider. Schauen wir, ob es für die Schwierigkeit eins reicht. Die machen nicht so viel Damage. Schauen wir, ob es für die Schwierigkeit einschränkt. Hmph. This is Double Speed. Disappear among the Sea of Butterflies. Illusions of the past. Ah, das ist derart. Ich bin einer. Die. Ich bin einer. Ich bin einer. Die. Ich bin einer. Ich bin einer. Schumpf. schaden erhöht das ist wirklich mega ich muss halt echt ausschalten weil die machen wirklich der mensch des todes schaden erhöht das Okay, der hat sich jetzt einfach dupliziert oder was? Du Scheiße, ey, was ist denn mit denen los? Boah, ich brauche dringend ein Geppert im Team, das ist eine Vollkatastrophe, wieviel Damage die einfach machen Oh, only a scratch Team, was that over? What's in your prescription? Disappear among the sea of butterflies, illusions of the past Time for a buzz This is double speed Ja, der hat sich einfach dupliziert Ich bin der Schwarm, okay Irgendeine Auszeichnung habe ich bekommen Okay Fuck! Sehr gut. also die haben schon die haben sich drauf abgeschlossen so schwierigkeit 1 haben wir machen wir hier mal ein screenshot ich glaube das kann man ganz gut als als dings nehmen schauen wir mal was benutzen erhöht das ist halt so ein ding ok ich würde sagen das war es von diesem stream leute danke fürs zuschauen fürs mitmachen wir werden zwei und drei dann die tage versuchen dann noch fürs zuschauen fürs mitmachen und wir sehen uns im nächsten stream hoffentlich morgen früh haute rein und so